Spektakuläre Water Splash Fotos, so wie diese hier, sehen nicht nur spektakulär aus, sondern sind in der Regel auch mit viel Aufwand verbunden. Solche Fotos werden meist in gut ausgestatteten Fotostudios erstellt, indem man zum Beispiel Lichtschranken verwendet, um diesen Water Splash richtig einzufangen. Wie du jetzt bei dir zu Hause quasi gleich sofort nur mit deiner Spiegelreflex und einem Aufsteckblitz genau solche Bilder erstellen kannst, das erfährst du im Video. Was brauchen wir jetzt, um so ein Water Splash Bild zu erstellen? Das ist nicht viel, es liegt eigentlich schon alles vor uns. Wir brauchen in erster Linie natürlich eine weiße Unterlage. Da gibt es zum Beispiel von einem schwedischen Möbelhersteller Super Couchtische, die kann man dafür nehmen. Wenn ihr so ein Licht zu Hause haben solltet, tut es auch eine PVC-Platte, so wie ich die hier habe. Gibt es in Baumärkten oder auch online für wenig Geld, Link packe ich euch gerne in die Beschreibung. Dann brauchen wir nachher, um das Licht zu reflektieren, um einen entsprechenden Effekt zu erzielen, eine weiße Wand wäre günstig. Wenn ihr sowas bei euch zu Hause nicht habt, könnt ihr ebenfalls solch eine PVC-Platte euch zulegen. Die stellt ihr dann hochkant an eure Wand und von dort wird das Licht dann reflektiert. Das heißt, wir brauchen nicht teure Reflektoren oder irgendwas. Es reicht völlig, wenn ihr zum Beispiel so eine weiße PVC-Platte habt. Dann brauchen wir eine Kamera. In meinem Fall ist es eine Spiegelreflex, eine Canon EOS 700D. Dann haben wir einen Aufsteckblitz, einen ganz einfachen. Und um beides nachher miteinander zu verbinden, haben wir noch ein Funkauslösesystem. Das gibt es schon wirklich für einen schmalen Taler, da müsst ihr euch nicht super an Unkosten stürzen. Dann brauchen wir ein Funkauslösesystem oder auch ein kabelgebundenes System. Ich in meinem Fall habe hier die normale Canon-Funkbedienung. Die braucht ihr dafür, denn ihr müsst nachher entscheiden, wann die Kamera auslöst. Und ihr werdet wahrscheinlich auch ein Stück von der Kamera wegstehen. Was brauchen wir noch? Ich habe zum Beispiel noch ein Stativ. Dort werde ich nachher meine Kamera draufpacken, um die Höhe explizit an mein Glas anpassen zu können. Und wir brauchen natürlich ein Wasserglas. Ein Wasserglas brauchen wir. Ich nehme immer ein ziemlich hohes. Das kann ich schön hoch mit Wasser befüllen und der Effekt ist dann noch ein bisschen stärker. Um den Effekt selber jetzt zu erzeugen, nehme ich zum Beispiel immer eine Walnuss. Warum nehme ich eine Walnuss? A hat man die immer irgendwo im Haus noch rumliegen, von Weihnachten zum Beispiel. Und B eignet sich die Form hervorragend, um einen super Splash zu erzeugen. Wenn ich die Nuss jetzt nachher in mein wassergefülltes Glas werfe, und ihr seht schon, der Durchmesser des Glases ist jetzt nicht so viel größer als der von der Nuss, dann bleibt am Rand nicht viel Platz. Und nur hier kann das Wasser verdrängt werden. Das heißt, nur am Rand erzeuge ich nachher eine schöne Wassersäule, die ich fotografieren kann. Und das will ich ja, denn damit erreiche ich ja meinen Watersplash. Das war es eigentlich schon. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr den Setaufbau macht. Der Setaufbau ist jetzt eigentlich denkbar einfach. Ich habe jetzt meine weiße PVC-Platte der Länge nach Richtung Wand hingestellt. Dann habe ich hier vorne meine Spiegelreflexe. Die habe ich in diesem Fall hochkant, damit ich schön viel Höhe fürs Bild habe, um die Wassertropfen oder den Wassersplash, der nach oben weg geht, vernünftig einfangen zu können. Dann in einer Linie zur Kamera platziere ich mein Glas. Und jetzt zum Licht. Ihr seht, ich habe hier meinen Aufsteckblitz platziert. Es ist wichtig, dass ihr den auf gleicher Höhe wie das Glas hinstellt. Das heißt, er darf nicht vorm Glas stehen, sonst hätten wir eine direkte Beleuchtung ans Glas. Was wir jetzt aber möchten, ist eine indirekte Beleuchtung von hinten, damit wir das Wasser schön rausholen können. In meinem Fall ist es so, dass ich ihn ein bisschen angeschrägt habe, dass das Licht quasi hier hinten ranfällt und dann gerade nach vorne reflektiert. Hat den Vorteil, dass ihr dann den Schatten des Glases vorne gerade im Bild habt. Wenn ihr das jetzt anders positioniert, ihr dreht den Blitz weiter nach hier oder weiter nach dort, dann verschiebt sich natürlich auch der Schatten des Glases. Das möchte ich bei mir auf dem Bild nicht, sondern ich möchte wirklich den Schatten ganz gerade in Richtung Kamera nach vorne haben. Bei mir ist es so, dass ich das Licht auch in einem leichten Winkel nach unten fallen lasse, das hat den Vorteil, dass die Kante meiner Platte hier auch noch beleuchtet wird und ich nachher keine, es kann passieren, wenn ihr es ein bisschen höher macht, dass ihr dann hier eine schwarze Kante habt. Das möchte ich natürlich nicht und deshalb habe ich den Blitz ein bisschen angewinkelt, dass er hier unten die Platte noch bestrahlt. Das heißt, wir haben dann nach hier einen sauberen Cut von der Platte. Schauen wir uns jetzt mal die Einstellungen meiner Kamera an. Und zwar fotografiere ich natürlich im M-Modus, im manuellen Modus. Auch den Autofokus von meinem Objektiv habe ich ausgeschaltet, damit ich beim Fotografieren kein ungewolltes Nachfokussieren habe. Dann nutze ich hier ein ISO 200 und eine Blende F4. Warum eine Blende F4? Ganz klar, ich möchte das Glas nachher im Vordergrund schön knack scharf haben und der Hintergrund kann gerne unscharf sein. Dann habe ich eine Auslösezeit von einer 250. Das reicht perfekt, um sich bewegende Objekte, wie nachher zum Beispiel das herausspritzende Wasser, einzufrieren und ein tolles Bild zu erzeugen. Ihr werdet ohnehin das Problem haben, dass die Aufsteckblitze keine schnelleren Synchronzeiten zulassen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 1.000 als Verschlusszeit einstellt, dann wird die Kommunikation zwischen eurem Blitz und der Kamera nicht so schnell sein und ihr habt das Bild nicht ausgeleuchtet. Als Weißabgleich habe ich mal hier einen Blitz eingestellt und was sich noch ändern muss, ist zum Beispiel hier bei Canon, da ich ja nachher mit einer Funkfernbedienung auslösen werde, muss ich das der Kamera noch sagen. Ich gehe dafür hier ins Menü und wähle statt Einzelbild hier selbst auslösen oder mit Fernsteuerung. Das Ganze bestätige ich nochmal und kann jetzt die Kamera mit meiner Fernbedienung, zum Beispiel hier von Canon, auslösen. Kommen wir zu den Einstellungen meines Aufsteckblitzes. Hier habe ich eine 32. der vollen Leistung gewählt. Das müsst ihr bei euch individuell ausprobieren. Je nachdem, wie viel jetzt eure Rückwand reflektiert von dem Licht, müsst ihr ein bisschen rumspielen. Bei mir ist jetzt eine 32. die optimale Einstellung. Ich habe jetzt mein Glas mit Wasser gefüllt. Ihr seht es hier oben. Und zwar habe ich es fast bis zur Oberkante gefüllt. Denn je voller das Glas ist, desto höher ist nachher der Splash-Effekt, den ihr erzeugen könnt. Ich habe meinen Fokus natürlich jetzt auf das Glas schon gerichtet, ungefähr hier oben auf die Glaskante. Und ich empfehle euch jetzt schon mal ein erstes Probefoto zu machen. Wir machen das mal. Ich nehme mal meine Fernbedienung. Und ihr seht hier meinen Funkauslöser. Und dann machen wir mal das erste Probefoto. Und wenn wir uns das jetzt angucken, sehen wir schon, Ausleuchtung stimmt, passt. Wir können also jetzt mal unseren ersten Wassersplash versuchen. Ein Vorteil hat das noch mit dem Probefoto. So, ihr werdet nachher sehen, wenn ihr die Walnuss hier eintaucht, dann spritzt natürlich Wasser über, übers Glas. Und ihr habt hier unten die Fläche sehr schnell voll mit Wasser. Damit ihr das jetzt nicht jedes Mal erstmal trocken machen müsst, etc., empfehle ich euch, macht erstmal ein Foto, so wie es jetzt hier ist mit dem Glas. Und dann könnt ihr nachher in Photoshop die untere Hälfte des Glases ausschneiden. Und dann habt ihr hier unten immer eine saubere Fläche. Und müsst nicht nach jedem Mal erstmal alles trocken wischen, etc. Und das ist ein Haufen Arbeit, gerade wenn wir jetzt ein paar Fotos auch hintereinander machen wollen. Der zweite Vorteil ist natürlich, wenn ich, wie zum Beispiel mein Bild, was ihr anfangs gesehen habt, hier gar keine Nuss drin haben möchte, also kein Objekt mehr im Glas, dann haben wir natürlich hier eine super Vorlage für Photoshop, die wir nachher dann, wenn die Nuss hier drin ist, ausradieren können. Und dann haben wir ein super sauberes Glas und haben oben nur den Wassereffekt. Jetzt prüfen wir nochmal alles, ist der Blitz an, Kamera richtig eingestellt, sitzt der Fokus. Und dann nehme ich jetzt hier meine Walnuss und meine Fernbedienung. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr die Nuss natürlich genau über dem Glas platziert. Da müsst ihr mal ein bisschen probieren. Es kann sein, dass ihr nicht sofort die Mitte trefft. Wenn ihr jetzt nur den Rand trefft, wird der Splash nicht so schön und das Foto könnt ihr eigentlich nicht verwenden. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen Augen-Hand-Koordination gefragt, denn ihr müsst, so wie die Nuss hier eintrefft, auch eure Fernbedienung drücken. Das habt ihr aber nach ein paar Probeschüssen, habt ihr das mit Sicherheit schnell raus. Okay, wir versuchen jetzt erstmal unser erstes Foto. Und ihr seht, auch hier habe ich das Glas getroffen, aber das Foto an sich ist schon geil. Das heißt, wir machen jetzt hier weiter. Wir können das hier unten vernachlässigen, wir mal, habe ich euch ja vorhin gerade erklärt. Das können wir in Photoshop nachher rausretuschieren. Wer das möchte, kann es hier auch lassen. Kann auch auf dem Foto sehr geil aussehen. Okay, das heißt, wir machen jetzt noch ein paar weitere Fotos. Die zeige ich euch gleich im Anschluss und dann zeige ich euch, wie wir das Ganze in Photoshop nachbearbeiten. Für die Bearbeitung eurer Fotos könnt ihr natürlich jedes beliebige Bildprogramm nehmen. Ich habe hier zum Beispiel Photoshop Elements einfach nur und mal alle Fotos hochgeladen. Im ersten Bild seht ihr, das ist das Standardbild, was wir gemacht haben, ohne irgendwelchen Splash. Und dann in den anderen dreien haben wir allerdings noch die Walnuss mit drin. Die wollen wir jetzt natürlich raus haben. Und dafür habe ich mal eine neue Komposition aufgemacht. Und ihr seht, ich habe hier alle drei Splashes in einem Bild vereint. Ich mache das mal raus hier, die Ebenen. Dann seht ihr es, das ist unser erstes Foto, wo noch überhaupt kein Splash zu sehen war. Und bei den anderen habe ich jetzt einfach nur den Bereich, den ich nicht brauche, rausradiert. Das habe ich mit allen dreien gemacht. Und dann haben wir eine super Komposition, die super spektakulär aussieht. Natürlich müsst ihr das nicht nur mit klarem Wasser machen. Ich habe hier zum Beispiel mal einige Fotos für euch gemacht, in denen ich verschiedene Farben kombiniert habe. Ihr nehmt hier einfach Lebensmittelfarbe und könnt das Ganze dann beliebig, ob grün, gelb, rot etc. gestalten. Sieht in manchen Fällen sogar noch spektakulärer aus. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was daraus mitgenommen. Vielleicht probiert ihr das Ganze mal aus und dann schreibt ihr mir als Kommentar unter das Video, wie eure Fotos geworden sind. Ansonsten gerne lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, abonniert doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.